Willkommen zurück im Betriebsanrichtungscenter Odelshausen. Mein Name ist Thomas und ich möchte euch weiterhin unser Garant Gridline System vorstellen. Einfach systematisch gut. Im letzten Video habe ich ja unser Einteilungsmaterial vorgestellt. Wir haben da ganz viel, was ich euch aber auch gesagt habe. Gerade bei den Mulden haben wir nochmal ganz spezielle Mulde entwickelt und das möchte ich euch jetzt einfach in diesem Video nochmal genauer vorstellen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, langt einfach mal die Mulde an. Ihr fühlt dann direkt den Unterschied. Allerdings ist das natürlich in diesem Format nicht möglich. Deswegen habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. Was ich vorne wegnehmen will, es ist natürlich klar, dass wir normalerweise hier auch die Mulden abtrennen in Sektionen, wie es hier mit unseren Trennblättchen gemacht ist. Das Werkzeug hat trotzdem noch eine Bewegungsfreiheit innerhalb der Sektion. Für das Experiment habe ich jetzt ganz bewusst auch diese Trennblättchen mal rausgenommen. Okay, dann kann das Experiment auch gleich starten. So, was wir jetzt hier sehen, das Werkzeug auf unseren neu entwickelnden Mulden ist gar nicht weit gekommen, weil hier eine Anti-Rutsch-Beschichtung drauf ist. Die, wo wir auf unseren ganz normalen Mulden liegen, die sind ganz weit gekommen und sind sogar angeschlagen an der Schublade. Das ist natürlich unheimlich schlecht, weil dann die Schneide verletzt wird. Aber das zeigt, warum wir diese Spezialmodelle entwickelt haben, um einfach noch sichere Lagerung für spezielle Werkzeuge zu realisieren. Was ihr auch gemerkt habt, es ist relativ laut, wenn ich die Schublade zuschmeiße. Wie wir das gelöst haben bei Grand Gridline, zeige ich euch im nächsten Video. Bis dann! Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020